Ach ja. Ach ja. Hallo. Herzlich willkommen. Neues Video. Letztes Video. Puhala. So, hier geht es jetzt erstmal los mit Spielen. Machen wir ein letztes, Letzter Fight. Und zwar der Ding 2. Natürlich kommen, was ist denn ein Goethe? Letzter Lay von Vorhalle. Erstmal was auf den Boden werfen. Das ist wieder neu. Es geht zum Berg. Jetzt geht es ab. Oh, neue Map. Oh, geil. 3, 2, 1, Brawl! Achso, und falls ihr den hört, hier habe ich ein Tor der Gott auch am Start. Und den mache ich wahrscheinlich noch ein extra Video für euch. Weil ich sehr viel Ehre habe. Ich quäle die Waffe. Gib mir diese scheiß Waffe. Ach, come on. Warte, Kurt. Ich bin gerade in einer Runde. Alter, die Motte ist am Start. Ah, ich bin tot. Ah. Mir Marf. Sehr familienfreundlich. Ich bin gerade in einer Runde. Ja, ich bin vor allem in einer Runde. Bittier. Ich kann hier nichts machen... Oh, die Freude. Okay, ne, ich hasse mein Leben. So, oh fuck ey, ich muss mich konzentrieren. Tore, leck mich nicht ab. Ja. Ja. Ich bin gerade abgelenkt. Wir haben sehr viele Niederlagen gesehen. Sehr viel. Jetzt endet Bohalla. Endkürtig. Ei, ei, ei. Ei. Aber extra Part, mentor der Gott eben. Er kann ja jetzt einmal Hi sagen. Sag Hi. Nö. Sag denn nö. Passwort? Willst du jetzt den Passwort wissen? Äh, scheiße, weil ja nicht mit dir. Ja, äh, warte kurz. Ja, sag, 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 sag. Drei, zwei, neun, null, fünf, neun. Ja, sag, 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 sag